Oh, hier scheint wohl so etwas wie ein Kontrollraum zu sein. Ah ja. Und was ist das da unten? Eine Tesla-Spule. Der Prototyp. Ja, zu Glück haben die beiden vergessen, dass sie mich noch umbringen wollten. Problem gelöst? Noch nicht ganz. Aber ich habe zumindest unseren Saboteur gefunden. Es gab da eben einen furchtbar bedauerlichen Unfall. So ein Pech aber auch. Was macht das Wasser? Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich brauche Sie hier. Oleg, darf ich vorstellen? Professor Charles Roy, unsere wissenschaftliche Leiterin. Es ist mir eine Freude. Ja, ja, sparen Sie sich das. Wir haben es eilig. Der Chef wird in Kürze hier eintreffen und dann will ich alles stark klar haben. Das ist die Klinikleiterin, oder? Die Nervenklinik-Chefin. Genau. Ja, ja. Oleg, Sergej und diese Nicole Charles Roy scheint eine Art Vollversammlung von allem menschlichen Abschaum dieser Erde zu sein. Am liebsten würde ich jetzt durchs Fenster springen und allen dreien. Aber was machen die da unten überhaupt? Und was ist das für eine Maschine? Ich weiß ja nicht wirklich, was hier vor sich geht. Aber ich bin mir dafür umso sicherer, dass es irgendeine ganz miese Nummer ist. Und ich weiß, sobald ich auch nur eine klitzekleine Möglichkeit dazu kriegen sollte, dann werde ich denen ganz gewaltig in die Suppe spucken. Das macht man nicht. Wir dienen Elemente. Drücken wir einfach mal Knöpfe. Zumindest für jemanden, der davon unheimlich wenig Ahnung hat. Ich drücke trotzdem Knöpfe. Wir sind 3000 Schalter und keiner ist beschriftet. Ich versuch's gar nicht erst. Ach, komm schon. Aber die Chancen stehen doch gut, dass irgendwas für die drei da unten Tödliches passiert, wenn du einfach random Knöpfe drückst. Ja, das stimmt. In dem der Monitore ist jemand zu sehen. Wahrscheinlich kann man irgendwo zwischen den Räumen hin und her schalten. Aber ich finde die entsprechenden Knöpfe nicht. Na gut. Ein Fenster. Die scheinen da unten alle schwer beschäftigt zu sein. Die Zeit sollte ich nutzen. Ein riesiger Plasma-Bildschirm. Und Videorekorder. Wozu brauchen die so viele Videorekorder? Da merkt man auch, das war die Zeit vor DVDs noch. Wirklich? Das war Anfang, Mitte 2000 so, ne? Naja, das kann eigentlich nicht sein. Aber vielleicht ist Videokassette immer noch so besetzt mit. Nehmen wir mal die Kassetten da raus, oder? Ich würde mit dem Pümpel versuchen, die Plasma-Bildschirm rauszureißen. Hm. Okay. Und Schrank. Oh, wir können versuchen mit dem Pümpel den Schrank aufzumachen. Ein einsamer Sprengkörper ist noch drin. Ich nehme ihn mal an. Okay. Nehmen wir einfach mal einen Sprengkörper. Ich habe gelernt, dass das keine gute Idee ist, einfach so Sprengkörper mitzunehmen. Hast du gelernt? Am eigenen Leib? In Fernsehserien. Ah ja. Weil wenn die irgendwie nass sind oder so, dann kann das ganz schnell mal explodieren. Wenn die alt sind? Ja. Ich habe in einem, also in einem Film behaupten die zumindest, dass altes, ich glaube TNT, viel krasser explodiert wie frisches. Und das kann man überhaupt nicht einschätzen. Hm, möglich. Wer weiß. Okay, dann kombinier Pümpel und Sprengstoff. Pümpel und Silikon? Ne, schade. Aber Silikon und, ne. Schade. Nix geht. Pümpel und Sprengstoff geht auch nicht? Ne. Ha. Ich hätte jetzt gedacht, dass man den irgendwo, ne, die Granate so festpümpelt irgendwo. Festpümpelte Granate. Ja. Später vielleicht. Später. Ah. Na gut. Hier können wir wahrscheinlich noch nicht weiter, weil da ist... Sieht aus wie ein Fahrstuhlschacht. Der passende Fahrstuhl ist aber nirgends zu sehen. Genau, da fehlt der Fahrstuhl. Ohne Fahrstuhl? Heute ist mir ausnahmsweise mal nicht danach, Abgründe runterzuspringen. Vielleicht morgen wieder. Naja. Sie ist aber auch echt faul. Was für eine Videospielheldin springt nicht ab und zu mal in Abgründe. Also wirklich. Dann gehen wir da die Treppe runter. Ah, okay. Hier war vorhin die Cutscene gewesen. Da fehlt irgendwas, haben sie gesagt. An der Maschine. Ich glaube, das ist eine Wasserpumpe. Sie läuft aber nicht. Ist bestimmt verantwortlich für fließendes Wasser und die Heizung. Deswegen ist es hier drin wohl auch so kalt. Gibt keinen Mucks von sich. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ja, irgendwas wurde ja daran anscheinend auch manipuliert. Okay. Schnee. Nee, Salz. Okay. Aha. Kommt wohl aus dem Sack da oben. Ah. Da oben ist der Sack. Und da ist ein Ei hinten. Ich kombiniere. Ein Schalter. Drücken wir einfach mal drauf. Ich würde auch sagen. Okay, gut. Oder das, was er schaltet. Der Lastenaufzug macht keinen sehr stabilen Eindruck. Meins der Seile ist schon gerissen. Das daneben sieht auch nicht aus, als ob es noch lange halten würde. Ach, komm schon. Das vorn hängt zu hoch. Ich komm nicht an die Sachen ran. Dann nehmen wir den Angeln. Dann müssen wir erst den Sicherungs... Eine ganz normale Angeln, ohne jeglichen Schnickschnack. Dafür aber recht robust. Eine ganz normale Angel. Die nehmen wir mit. Damit können wir vielleicht da, wo das rote Licht leuchtet, irgendwas aus dem Abgrund hochangeln. Wäre meine erste montane Idee. Ich würde, ich hätte jetzt das da reingesteckt. Aber wir können hier weiter. Ich gehe erst mal weiter. Da geht's nach draußen. Ich friere mir ja hier drinnen schon den Hintern ab. Und wärmer wird es da bestimmt nicht sein. In diesen Klamotten kriegen mich da keine zehn Eisbären raus. Jetzt auf einmal ist ihr kalt. Na gut. Ja, ja. Immer das Gleiche. Okay, ich kann hier nichts machen. Aber ich hab schon überlegt, ob wir eventuell mit der Angel irgendwas aus dem Ausfluss rausangeln können. Das wäre ne... Ich würde jetzt mit der Angel hier entweder den Salzsack da oben mal anangeln. Keine Ahnung. Oder da, wo es rot geleuchtet hat, runterangeln. Dass man den Aufzug hochzieht oder was weiß ich was. Stimmt, da, wo die Bretter so ins Loch runterangeln. Dass man die Angel und den Pümpel nicht kombinieren kann. Aus irgendeinem Grund gehört das für mich zusammen. Okay, aber anscheinend kann man hier nichts zusammen machen. Aber warte mal. Äh, egal. Wäre wahrscheinlich eh nicht gegangen. Passt schon. Aber ich glaub nicht, dass man da... Nee, kann man nichts machen. Und da bei der anderen Stelle? Da wo unten das Schwarze da ist? Aha! Na, guck. Okay. Vielleicht kann ich einen der leichteren Packen hochziehen. Vielleicht. Okay. Machen wir das. Das ist so dämlich. Na, ich mein... Weiß ich nicht. Das ist doch mal ein Fang. Sie hat Winterklamotten geangelt. Cool. So viel besser. Und jetzt können wir rausgehen. Ah. Die haben sogar wirklich ein Winterklamottenmodell für die gebastelt. Aber lassen sie mit der Lederjacke ins Himalaya-Gebirge stapeln. Ja. Echt. What? Unglaublich. Why? Sag mir bitte irgendjemand, dass ich träume. Wo bin ich denn hier gelandet? Antarktis? Hier wird mich nie jemand finden. Das kann ich vergessen. Okay. Es geht nach da hinten und es geht nach da. Schau dir mal den kleinen Stein an als erstes. Den Sack... Sackerl. Den Eimer. Den Eimer, okay. Den 10 Liter Eimer. Nehmen wir mit. Ja. Okay. Da ist gefrorenes Eis drin. Ach so. Okay, man kann da nicht... Okay. Antennenwald. Ein einziges Feld voll mit diesen komischen Dingern. Ich nehme an, dass da Antennen drin sind. Aber was macht man damit? Signale empfangen oder Signale senden? Die Leistung der Anlage dürfte jedenfalls gigantisch sein. Gigantisch. Da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter, oder? Gelände verlassen? Ne, das glaube ich nicht. Ah, okay. Wir gehen einfach. Na dann. Harpune. Und jetzt können wir den Pumpel in die Harpunen laden. Okay, nehmen wir mit. Worauf soll ich denn schießen? So richtig viele potenzielle Ziele habe ich hier irgendwie noch nicht entdecken können. Ah. Okay, das ist ein Fass. Da ist Waltran drin. Früher hat man den auch als Lampenöl und Schmierfett benutzt. Bach. Der kommt in den Eimer. Das können nicht mal russische Kugelstoßerinnen tragen. Russische Kugel. Na gut, nehmen wir den Eimer. Ne. Schade. Geht nicht. Naja. Hier war noch irgendwas, oder? Jacke. Okay. Ach, da ist eine Jacke. Okay, jetzt erkenne ich das erst. Die Jacke ist völlig steif gefroren. Aber in der Seitentasche scheint noch was zu sein. Ah, okay. Ein Flachmann. Flachmann. Den können wir vielleicht waltranen. Flachmann. Aber bei der Kälte würde ich mich auch mit Whisky zufrieden geben. Wenn ich nur diesen verdammten Korken aus der Flasche kriegen würde. Ah. Okay, wir müssen... Dieser verdammte Korken. Schade. Hm. Was auch immer das eigentlich ist, ne? Vielleicht... Nee. Aha. Gehen wir zur Bohrmaschine zurück. Wir können den Korken doch theoretisch zumindest bestimmt mit dem Bohrer rausbohren. Vielleicht. Aber hier ist auch noch ein Eisloch. Ja, schauen wir erst mal. Scheint so, als sei hier mal ein Loch im Eis gewesen. Mittlerweile ist es aber wieder fast vollständig zugefroren. Da brauchen wir bestimmt nachher die Angel dafür. Ja, aber... Hm. Mit bloßen Händen werde ich das Loch bestimmt nicht wieder aufbekommen. Ich hab schon ne Idee. Ja, tatsächlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist brachial. Ach. Ach, schade. Ich hätte jetzt eher einen Pümpel genommen. Pümpel? Pümpel und ne Säge. Aber wir haben keine Säge. Na gut, gehen wir erst mal wieder. Aber warte. Ich würde halt den Pümpel gern für alles benutzen. Ich hab ne zweite Idee noch. Okay. Alles auf die Harpune anwenden, um zu gucken, ob da was geht. Ja, ganz genau. Ja, bevor wir gehen, das macht Sinn. Beziehungsweise die Harpune auf das Eisloch schließen. Jetzt hab ich ja ein Ziel. Das ist gar nicht doof, aber Nina hat keinen Bock drauf. Die ist halt nicht so klug wie du. Ja, wirklich. Hättest du einfach auf das Eisloch geschossen. Hallo, Abraxel. Hallihallo. Guten Tag. Oder Abend. Sonntag. Okay. Geht nix. Na gut, dann gehen wir. Also ich würde jetzt wirklich den Korken aus der Flasche bohren. Ja, irgendwie müssen wir den Korken da auf jeden Fall rauskriegen. Aber, genau, das kuhl ich mir noch an. Ja, gehen wir noch darüber vorher. Der Hauptstation hat bestimmt Unsummen verschlungen. Jemand muss sich davon eine ganze Menge versprechen. Okay, und hier kommen dann noch Schneeraupe. Wie haben die bloß all das schwere Gerät hierher bekommen? Das muss ein riesiger logistischer Aufwand gewesen sein. Vielleicht wird die bald zu nem Schneeschmetterling. Ja, das passt zu dem Niveau. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja mal ein Wortwitzniveau anpassen. Ein Pinguin. Aber erst mal Schild angucken. Moment. Ein Warnschild. Vorsicht, steiler Abgrund. Ich glaube, dann sind wir nicht mehr im Himalaya-Gebirge. Ich glaube auch nicht. Das nehme ich mal mit. Vielleicht stürzt dann jemand darunter. Ist der Pinguin eingefroren? Oder? Ah, okay. Da ist Gletscherspalte. Oh, okay. Da liegt jemand. Sind Sie verletzt? Hallo? Sind Sie tiefgefroren? Ja, ach. Selbst wenn, dass jemand in die Gletscherspalte fällt, der sich hier doch vermutlich auskennt. Außerdem war da doch auch noch dieses Warnschild. Moment. Könnte natürlich sein, dass bei seinem Sturz nachgeholfen wurde. Zuzutrauen wär's den Leuten hier. Und den angeln wir jetzt. Sieht fast so aus, als hätte man den armen Kerl da unten elendig verriken lassen. Ich muss wirklich aufpassen. Ein Menschenleben scheint hier draußen nicht viel wert zu sein. Und hier kann man auch noch schauen. Da geht es so tief runter, ich kann den Boden nicht einmal erahnen. Vielleicht können wir dem irgendwas abangeln. Nee, schade. Aber vielleicht... Die Luft sprengen. Ich meine, er ist eh schon tot, was soll's. Vielleicht würden wir ihn sogar mit dem Sprengstoff wieder auftauen. Na, vielleicht. Und dann lebt er wieder. So funktioniert das nämlich. Wirklich? Na gut, okay. Aber da waren zwei Sachen. Das ist die Gletscherspalte und das da ein Loch. Ein Loch. Da steckte das Schild drin. Ach so. Da steckte das Schild drin. Wir stecken jetzt den Pümpel rein. Genau, wir stecken jetzt da den Pümpel rein. Ich bin so gespannt, was man heute den Pümpel machen kann. Ich bin auch echt gespannt. Der Pümpel wäre noch eine Option, aber ich wüsste nicht warum. Aber gut, beim Pümpel wüsste ich auch nicht warum. Aber sonst... Ah, okay. Warum? Sprengen wir einfach mal die Gletscherspalte höher auf. Wow, was für eine Explosion. Wow. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der Pinguin ist entweder tiefgefroren oder der ist so ein Actionheld, der ist das gewöhnt. Cool Pinguins don't look at explosions. Okay, na gut. Das ist warum wir da gemacht haben. Ach, okay, wir kommen jetzt runter. Ja, okay. Das ist weit hergeholt, aber na gut. Ich weiß, dass Leichenfledder nicht die feine englische Art ist, aber ich kann nichts mehr für ihn tun. Er hinkriegen könnte mir vielleicht noch helfen. Ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug. Leider kein Benzin mehr drin. Kein Benzin mehr drin. Waltran. Das Amulett stellt in etwas abstrakter Art und Weise einen Kopf dar. Oben drauf steckt ein großer Diamant. Sieht sehr alt aus. Und wenn der Diamant echt ist, dürfte es ein Vermögen wert sein. Okay, den können wir vielleicht zum Handeln benutzen. Hi, Finn. Ein paar rausgerissene Seiten. Sie sind überschrieben mit Forschungstagebuch von Nicole Charlois. Ich glaube zwar nicht, dass mir diese Informationen in meiner derzeitigen Lage weiterhelfen werden, aber zumindest verstehe ich so vielleicht die Zusammenhänge besser. Ach, nein. Pingu Man, der größte Held in deiner Sicht. Genau. 14 Seiten zu lesen. 14 Seiten. Ich fange an. 27.03.2000. Das Spiel, weißt du wann das spielt? Wahrscheinlich auch so Mitte 2000. Ja, wahrscheinlich. Also ein paar Jahre nach dem Eintrag. Mit der Untersuchung von Massimo habe ich nun endlich die ausreichenden Mittel um meine Forschungen, äh Unterstützung steht da oben, um meine Forschungen zu intensivieren. Und die ersten Erfolge stellen sich bereits ein. Apropos Massimo. Endlich jemand, der an mich und meine Arbeit glaubt. Er ist nicht wie die anderen Idioten in Paris. Er hat dieselbe Vision wie ich. Das ist glaube ich der Typ, der diese, der in Kuba da dieses Dingsbums gebaut hat. Diese Nervenheileinstalte gebaut hat. Aber der wurde immer nur namentlich erwähnt, glaube ich, bis jetzt. Naja. 22.04. Ich habe einige Unterlagen gefunden. Über 50 Jahre alt. Ein Wissenschaftler erklärte darin seine Theorie. Nehmen Sie die Wellen unserer Radiosender. Sie sind auf den Straßen, in unseren Wohnungen, überall um uns herum. Doch wir sehen und wir fühlen sie nicht. Erst wenn wir ein Radio einschalten und die richtige Frequenz einstellen, hören wir plötzlich, dass da Nachrichtensendungen oder Orchesterstücke sind. In gleicher Weise wird es möglich sein, Gedanken unbemerkt in das menschliche Gehirn zu bringen. Man muss nur die richtige Frequenz finden. Inception quasi. Gewagte These auch. Aber gut. Ich meine, unser Hirn hat halt wahrscheinlich keinen Empfänger. Das ist das Problem. Aber wenn man da einen Empfänger einbaut und dann irgendwie die richtigen Areale ansteuert, dann wird es vielleicht gehen. Meine, ach so 23.12.2000. Meine anfängliche Euphorie ist etwas gedämpft. Unser Schwerpunkt liegt immer noch auf der Grundlagenforschung. Dabei wollte ich schon viel weiter sein. 5.8.2001. Ich bin nun endlich viel weiter, nein, schmal, immer noch keine konkreten Ergebnisse in Sicht. Aber zum Glück bleibt Massimo ruhig und fördert das Projekt weiter. Er wird es nicht bereuen. Hm, ich glaube schon. Okay, 14.12.2001. In den letzten Wochen zeigten unsere Versuche, dass der Energieemitter fehlerfrei funktioniert. Mir ist zwar bewusst, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, aber eine Etappe ist nun geschafft. 22.02.2002. Massimo hat heute die Anlage zum ersten Mal besucht. Er ist sichtlich beeindruckt von unseren Ergebnissen und sichert weitere Mittel zu. Siehst du ein bisschen scharf auf Massimo, oder? So ein bisschen? Ich weiß nicht genau, aber ich fände es besser, wenn es der 20.02.2020 gewesen wäre, der letzte Eintrag. Finde ich schade. Vertane Chance. 20.10.2002. Heute sind die ersten erfolgreichen Testreihen beendet worden. Zwar zeigten die Versuchstiere nur leichte, reflexartige Motor... 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 Motorikstörungen. Aber damit ist der Anfang gemacht. 8.03.2003. Wir kommen nicht voran. Es gelingt uns einfach nicht, den entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. An einen kontrollierten Beeinflussung der Versuchstiere ist nicht zu denken. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. 25.06.2003. Es sind die Strahlenfelder. Es müssen einfach die Felder sein. Die Felder? Sie sind vermutlich nicht konstant genug, um eine gezielte Beeinflussung der Gehirnwellen beim Probanden zu erzielen. Und vielleicht fehlt noch irgendwas, aber es sind bestimmt die Strahlenfelder. Immer diese Strahlenfelder. Das sind immer die Strahlenfelder. 5.08.2003. War das das Ende? Massimo hat mich von meiner Forschung abgezogen und mich zurück nach Europa geschickt. Er hat mir zwar versichert, dass ich schnellstmöglich mit neuer Technik zurückkehren soll, aber ich befürchte, dass er kalte Füße bekommt. 2.03.2005 Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber gestern haben wir die Arbeit endlich wieder aufgenommen. Massimo konnte von einem ehemaligen KGB-Mann Informationen über die Forschungsarbeit im Tunguska-Gebiet kaufen. Und meine Auswertung dieser Unterlagen hat ihn überzeugt. Die Russen arbeiten offenbar mit Bruchstücken von diesem undefinierbaren Ding, das 1908 dort explodiert ist. Das Erstaunliche, sie konnten damit bei den Versuchstieren deutlich schwerwiegendere und konstantere Verhaltensveränderungen feststellen, als ich in meinen Versuchen. 8.03.2005 Wenn die Berichte aus Russland tatsächlich der Wahrheit entsprechen, könnten unsere Probleme bald gelöst sein. Mit diesen Bruchstücken müsste es möglich sein, extrem konstante und störfreie Strahlenfelder zu erzeugen. Wenn das tatsächlich so ist, könnte dies die Lösung unseres Problems bedeuten. Wir müssen dringend ein solches Artefakt in unsere Hände bekommen. 25.03.2005 Enttäuschende Nachrichten von Massimo Der russische Informant hat bestätigt, dass die Russen nur noch über eines der Artefakte verfügen. Die anderen beiden Bruchstücke wurden ihnen angeblich schon in den 70er Jahren von irgendeiner Sekte gestohlen. Ich vermute eher, dass die CIA dahinter steckt. Die CIA Ich wollte CSI sagen. Ich war... 08.06.2005 Der Umbau der Anlage ist nun komplett abgeschlossen. Mit den neuen Möglichkeiten bin ich optimistisch, dass eine suggestive Beeinflussung des menschlichen Gehirns gelingen kann. Wenn jetzt am Schluss der Plottwist ist, dass wir von Anfang an irgendwie quasi gesteuert wurden, dann finde ich das vielleicht ganz cool. Kommt drauf an. Wenn wir was? Wenn wir von Anfang an quasi von irgendwem gesteuert wurden, beeinflusst wurden. Aber dann... Unsere Hauptfigur. Aber das wäre im Grunde der Bioshock-Plot schon vor Bioshock. Das glaube ich nicht. Nee. Nee. Na gut. Wenn wir... Wo bin ich bei einem anderen Menschen im Gehirn? Genau. Wenn wir doch nur ein solches außerirdisches Artefakt hätten. 25.8. Im Zusammenhang mit den Informationen, die uns der russische Informant verkauft hat, bin ich auf einen interessanten Fall gestoßen. Ein junger kubanischer Wissenschaftler, Manuel Perez, soll 77 bei einer Expedition in die Tunguska-Region dabei gewesen sein. Seitdem leidet er offenbar unter extremen Bewusstseins- und Verhaltensstörungen. Da in dieser Region bereits damals Experimente mit diesen Artefakten gemacht wurden, könnte durchaus ein Zusammenhang bestehen. Ich sollte mich einmal intensiver mit diesen Perez beschäftigen. Warum will denn das Spiel eigentlich, dass wir plötzlich so viel lesen? Ich weiß auch nicht. Nach 15 Stunden kommt es plötzlich mit so riesen Textschwellen daher. Nach der Hälfte der Zeit kam auch noch ein... Du kannst jederzeit zwischen zwei Charakteren wechseln. Eigentlich finde ich das gar nicht schlecht, wenn auch am Ende noch sowas dabei ist. Aber das ist ein bisschen, naja. Massimo ist ein Genie am 22.08.2006. Er hat in Berlin einen Wissenschaftler gefunden und das macht ihn zu einem Genie. Ich habe einen Wissenschaftler gefunden, der sich viele Jahre mit der Untersuchung von diesen seltsamen Artefakten beschäftigt hat. Das bestimmt unser Pfarrer. Massimo ist sich sicher, dass wir bei ihm das nötige Stück finden, das benötigte. 28.08.2006. Der alte Wissenschaftler ist spurlos verschwunden. Und da ist irgendwie die CIA hinterher und der KGB ist hinterher und die da sind offentlich hinterher. Weil die da irgendwie, weiß nicht, irgend so ein Typ mit Geld ist da hinterher. Und zu wem gehören eigentlich die Bösen jetzt, die drei? Ja, zu dem Typen mit dem Geld. Gehören die zu Massimo? Zu Massimo. Zur Massimo Gang? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Weil, das ist ja die Chaloroa. Das sind ja ihre Aufzeichnungen und die ist ja da in dem... Moment, die sind bei der gefrorenen Leiche. Ich dachte, das sind die Aufzeichnungen von dieser gefrorenen Leiche. Nee, ich glaube, das sind die Aufzeichnungen von der Chaloroa. Und wer ist dann die gefrorene Leiche? Ihr Assistent? Ha. Keine Ahnung. Okay. So hätte ich das jetzt mal interpretiert. Keine Ahnung. Aber offensichtlich wollte der Typ irgendwie Gedanken manipulieren. Ja. Wahrscheinlich, um irgendein Produkt besser an den Mann bringen zu können. Wahrscheinlich. Für Werbung. Ja, ja. Werbemanipulation oder sowas. Ich bin mir jetzt sicher. Na gut. Vielleicht können wir da runterangeln. Nee, schade. Na gut, gehen wir wieder hoch. Ich glaube, wir haben hier alles. Okay. Ich muss unbedingt diesen Pinguin an. Ja. Der Pinguin. Der ist cool. Ob der noch eine Animation für irgendwas bekommen hat? Wahrscheinlich. Ah. Wir klauen jetzt den Pinguin aber nicht sein Ei, oder? Wahrscheinlich machen wir genau das. Oh Gott, wir sind so schlecht. Wir sind so furchtbar. Ja, aber wirklich. Das ist ja das Schlimmste. Aber das geht gleich aus. Ja, das hilft nichts. Mein Tablet geht gleich aus. Aber ich brauche sie nicht unbedingt. Du musst halt dann den Chat lesen, wenn es ist. Ich kann den nicht mehr lesen jetzt. Okay, na gut. Wir müssen bestimmt den Waltran oder so irgendwie zu dem Pinguin bringen, obwohl es gar keinen Sinn macht. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Aber das ist doch das Einzige, was der... Ich meine, man könnte ihm auch Salz hinlegen. Das weiß ich nicht. Aber mit dem Waltran müssen wir wahrscheinlich das Feuerzeug auffüllen. Ah. Wir müssen ihm doch bestimmt irgendwas geben. Wahrscheinlich müssen wir das Ei aus dem Brutkasten holen und austauschen gegen sein Pinguin-Ei. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum. Oder müssen wir in die komische Maske, wo schon ein Edelstein drin ist, zwei Eier einsetzen? Ich, ganz ehrlich, ich gehe jetzt mal einfach alles durch. Ja, klar, macht das. Ah, da war schon was. Wir zünden die Angel an. Wir zünden die Angel an. Das Zeug könnte vielleicht als Blinkerersatz und Blei in einem fungieren. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Das verstehe ich nicht. Okay. Naja, das als Blink, also als irgendwas zum Fische fangen, keine Ahnung. Ja, genau. Wirklich. Ich finde auch, Menschen ins Unglück stürzen oder in den Tod stürzen oder wie auch immer, passt schon. Aber dem Pinguin sein Ei klauen. Das geht so. Wenn es darauf hinausläuft, also dann raste ich aus. So. Nee, das auch nicht. Oh, warte, da ging es noch weiter. Hm, nee. Nee. Ich mache jetzt wirklich ganz stumpf alles durch. Aber ich glaube, sie hat bis jetzt wirklich noch niemanden umgebracht. Naja, zumindest. Sie hat ein paar Leben ruiniert, aber nicht genommen. Wahrscheinlich haben die sich selbst im Leben ruiniert. Ja, vielleicht. Das kann schon sein. So, na gut, okay. Es geht nix. Wir müssen bestimmt in diesem Wasserloch, was vorne ist, irgendwie drin angeln. Aber wie kriegen wir das auf, wenn, wenn, ach ja, wir haben ja das, wir haben ja den Sprengstoff leider nicht mehr. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wie wir es aufkriegen. Mhm. Weißt du auch, wie wir es aufkriegen? Okay, mal schauen, ob es geht. Ah, schade. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man, siehst du, das sieht so aus, als wenn das so raussteht, als könnte man mit dem Diamanten irgendwie das Ei schneiden, aber das geht leider nicht. Ah, stimmt. Versuch mal, die Angel mit dem Feuerzeug auf den Tran da hinten anzuwenden. Auf den Tran? Nee. Ähm. Versuch mal alles auf den Tran. Und die Harpune vielleicht auch. Ich habe ja keine Ahnung. Die kann man aber nicht auf den... Ach so. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Steckt man einfach das Schild, man ey, Tran. Nee, okay, es geht nix. Die hatten wir alle vorher schon dabei. Dann gehen wir jetzt nochmal rein und bohren den Korken aus der Flasche. Vielleicht ergibt sich dann was Neues. Also, das müsste theoretisch funktionieren. Ich weiß nicht, ob das Spiel das erlaubt, aber... Hm. Die echte Welt würde das erlauben. Denke ich. Hier ist auch noch Salz. Ich frage mich, wofür man das Salz braucht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht die Angel darin eintunken? Nee. Um das Wasser im Eimer aufzutauen. Ist da überhaupt was drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ein Liter Eimer. Das ist nur ein Eimer. Na gut. Ich weiß echt nicht, wie wir jetzt hier weitermachen sollen. Okay, wir gehen jetzt erstmal zu dem Bohrer und versuchen... Das wäre jetzt der einzige Anhaltspunkt, den ich irgendwie noch habe. Ansonsten weiß ich nicht mehr weiter. Machen wir mal. Ah, tatsächlich. So. Stil voll entkorkt. So. Okay. Und das ist jetzt da drin? Alle Mühe war wieder mal vergebens. Ah ja. Da machen wir jetzt den Traden. Aber warte mal, wir haben jetzt auch einen Korken bekommen. Vielleicht kann man den Korken noch mit irgendwas kombinieren. Ich weiß zwar nicht, wie der Korken ganz geblieben ist, nachdem wir den rausgebohrt haben. Na vielleicht, ich verstehe schon, ne? Weil es ist halt ein sehr filigraner Bohrer, der wie ein Korkenzieher funktioniert hat. Ja. Ah, okay. Ich würde jetzt trotzdem mal rausgehen und den irgendwie füllen mit Tran oder so. Ja, genau. Ich wüsste jetzt sonst auch nichts. Ich wüsste auch nicht, für was wir jetzt eigentlich dann den Tran brauchen und so. Aber ja. Sehen wir dann. Waltran im Flachmann. Wenn das jetzt dann nicht geht... Dann schauen wir in die Höhe. Ja, dann müssen wir mal nachschauen, weil ich wüsste jetzt echt auch nicht, wie es weitergehen soll. Ne, es geht nicht. Ha. Okay. Dann schauen wir wirklich mal schnell.